Was glaubst du, wie stark wird der Bitcoin zukünftig reguliert? Glaubst du, dass private Wallets irgendwann nicht mehr erlaubt sein werden? Ich glaube, es kommt auf das Land an. Also ich muss wirklich auch hier an der Stelle sagen, das ist alles nur Glaskugel und Glauben. Woher soll ich wissen, was in den Köpfen der Politiker vorgeht? Aber stelle ich mal eine logische Frage. Wenn ich eine Zentralbank wäre und es gibt Alternativen zu meinem Geldmonopol, was ich habe, findet ihr das gut? Nein. Auch wenn die Zentralbanken eigentlich losgelöst sein sollen von dem, was ansonsten auf Gesetzesebene bzw. auf Regierungsebene stattfindet, weiß man auch, beides hängt natürlich zusammen. Denn Geld ist ein wichtiger Faktor auch der Machtausübung von Politik. Und das bedeutet jetzt zusammengefasst, ja, es kann durchaus sein, dass wir stärkere Regulationen sehen. Wir haben schon Vorschlüsse gesehen, was auch das Thema Wallets angeht und dort eben die Meldung für Wallets, die man nutzt. Aber kann das verhindert werden? Technisch nicht. Und wenn mir jetzt jemand verbietet, ich darf keine privaten Wallets nutzen, wie soll die Person herausfinden, dass ich überhaupt eine Wallet habe, wenn ich eben auf dem Weg dahin keine Spuren hinterlasse? Und so versuchen eben auch die Regulatoren nicht, oder das ist zumindest das, was wir gerade im Westen erleben, nicht hier wirklich den Hammer davor zu holen und zu sagen, das ist verboten, sondern zu gucken, wie passt das denn in unseren Plan, in unsere Konstrukte, in unser Finanzsystem denn eigentlich rein? Dort wird dann natürlich viel von KYCs geredet, also Know Your Customer, eben um Geldwäsche zu verhindern, um auch Transaktionen nachvollziehen zu können. Auch die Steuerthematik ist hier ein wesentlicher Bestandteil, denn Steuern bilden eben die Grundlage dafür, dass die Gesellschaft aufgebaut werden kann, dass die Regierung dort eben auch Gelder einsetzen kann, um die Gesellschaft, um das Land eben auch weiterzuentwickeln. Und da will man natürlich nichts sich entgehen lassen und deswegen wird dieser digitale Euro auch ein sehr, sehr wichtiges Thema sein, hier die Digitalisierung des Bargelds, eben dafür zu sorgen, dass Bargeld verschwindet, um hier eben noch deutlicher alles messen zu können. Da passt dann eben so ein digitales Bargeld, wie es eben mit Bitcoin wirklich der Fall ist, weil es eben dezentral ist und frei und zensurresistent. Da ist dann eben der Punkt, wie schaffen wir es reinzubekommen in unseren Plan und da wird sicherlich noch Vorstöße geben, um dort stärkere Regulierung in Bezug auf Nachvollziehbarkeit der Transaktionen zu gewährleisten. Wird schwierig, denn wenn man sich auch den Plan von Bitcoin und auch von anderen Kryptowährungen anschaut, geht es ja auch immer mehr in diesen Privatisierungsbereich rein, was auch richtig ist, denn am Ende des Tages sind es unsere Werte, die wir erschaffen, die wir auch voll kontrollieren können, sollten und auch uns frei zur Verfügung stehen. Deswegen, ja, es wird zukünftig sicherlich nochmal stärker reguliert. In dem einen oder anderen Land, wo es restriktiver ist, wie zum Beispiel in China, deutlich stärker. Das sieht man eben jetzt auch durch das Bitcoin-Meng, was aus dem Land gejagt wurde. Alles andere wird sicherlich auch irgendwann folgen, damit eben hier der digitale Yuan die Vormachtstellung hat und nicht irgendeine andere Kryptowährung. Bedeutet aber nicht, dass eben hier in anderen Ländern oder sich überhaupt auf der Welt noch eine wichtige Alternative etabliert. Das sehen wir dann als Gegenpol in El Salvador, das sehen wir vielleicht jetzt auch in Paraguay und, und, und. Und so reiht sich das eben zusammen in einem Konstrukt später, zu einem späteren Zeitpunkt, wo wir viele Alternativen haben und Kryptos eine dieser Alternativen bilden, wo ich aber sage, das sind die Alternativen, die echte digitale Werte abbilden, über die wir die volle Kontrolle haben. Das ist gut und das ist richtig so, aber auch nicht die Lösung vielleicht für alles. Denn am Ende des Tages, und hier bin ich wieder mit meinem Lieblingsspruch, wir bezahlen unsere Rechnung mit Euro und solange das so ist und wir diese Wertstabilität weiter gewährleisten können, trotz Inflationssorgen, bezahle ich auch weiterhin meine Miete eben damit. Und worum sollte ich sie auch mit Krypto bzw. mit Bitcoin bezahlen, wenn doch hier der Wert vielleicht steigen könnte. Um, ja, warte! Einen, ja! Vielen Dank.